Liebe Studierende, in dieser spannenden Zeit von Chatbots, Gesichtserkennung und generativer KI brauchen wir Sie. Junge, engagierte Menschen, die diese Entwicklung verantwortungsvoll begleiten und vorantreiben. Sind Sie bereit, diese digitale Zukunft aktiv mitzugestalten? Dann nehmen Sie im Wintersemester teil an der Digital Future Challenge. Bei diesem Wettbewerb, ausgerichtet von der Initiative D21 und der Deloitte Stiftung, können Sie innovative Ideen zum Thema verantwortungsvolle KI entwickeln. Und Sie können ein einzigartiges berufliches Netzwerk aufbauen. In enger Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen haben Sie hier die Möglichkeit, sehr praxisnah an realen Fallstudien zu arbeiten. Dadurch tragen Sie zur Entwicklung und zum Einsatz von KI-Systemen bei. Die Gewinner erwarten Preisgelder in Höhe von insgesamt 10.000 Euro und ein Zertifikat, das Ihnen bestimmt viele Türen öffnen wird. Als Schirmherr des Wettbewerbs ermutige ich Sie, machen Sie mit, gestalten Sie unsere digitale Zukunft. Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg und freue mich auf Ihre Erkenntnisse. Alles Gute! Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg und freue mich auf Ihre Erkenntnisse. Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg und freue mich auf Ihre Erkenntnisse.